I like how friendly everyone is. The team has welcomed me with open arms. Vor allem gefällt mir hier das familiäre Umfeld, das hier im Verein herrscht und die wunderschöne Umgebung in der Ortenau und die netten Leute, die ich bisher kennenlernen durfte. Am SC Sand gefällt mir die familiäre Atmosphäre und natürlich der Zusammenhalt. Die Mädels. Das familiäre. Das merkst du schon, wenn du eigentlich auf den Platz kommst. Umschalten. Definitiv. Und booste. Auf dem Platz bin ich gut an zu defendern, 1v1 zu defendern und zu gehen. Ich bin flexibel einsetzbar, würde auch sagen kreativ, dynamisch und schwäche gibt es natürlich. Auf jeden Fall meine Schnelligkeit und das 1v1. Ich würde sagen die Schnelligkeit über Außen und meine Technik und 1v1-Trupling. In der ersten Liga schwierig zu sagen. Bielefeld ist ein richtig ekliger Gegner, muss ich sagen, von den letzten Jahren her. Sonst, ja, spiele ich eigentlich gegen jeden gern. Ich meine, es werden alle sehr leckende Spiele sein, also müssen wir in die Arbeit und unsere Besten geben. Mir liegt Freiburg und Wolfsburg eigentlich. Freiburg wegen Derby, Wolfsburg weil alter Verein. Und wen ich nicht so mag, ist Potsdam. Ich denke, ich freue mich auf alle zu spielen. Ich habe eine gewinnen-Mentalität, also ich will alle zu spielen. Ich würde mich gerne teleportieren, dann wäre ich schneller zu Hause immer und wieder hier. Ich würde gerne die Zeit kontrollieren können, also entweder stoppen oder vorspulen oder zurückspulen. Ich bin ziemlich begeisterungsfähig, also ich glaube, selbst mit Kleinigkeiten kann man mir eine Freude bereiten. Wenn meine Familie mit mir ist, dann haben wir Spaß zusammen. Ich bin ein absoluter Adrenalin-Junkie. Also alles, was mit Fallschirmspringen oder Extremsportarten zu tun hat, damit habe ich mich ausgerechnet. Just playing soccer, being on the field and winning. Also ich mache gerade mein Abi nach und will studieren und meinen Master machen. Ein Fußballer wird definitiv hoffentlich auf dem Weg so weiter. Ich hoffe, ich werde noch immer noch in der Sand und bin der erste Gokeeper. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Immer noch Fußball spielen? Wo? Weiß es nicht. Eventuell in einem Top-Klub in Italien. Das war's. Also ich zeige euch mal einfach mal dran. Und meine Liebe, unser Leben ein für ein. Wir stürmen alle Tore und werden heute Sieger sein. Das war's.